Ja und herzlich willkommen zurück zu Serpon 2077. Ich habe mir ja vorhin, also in der letzten Folge, das Darknet durchgelesen und ein paar ziemlich kranke Dinge gelesen und gehört. Naja, was will man da mal hier davon machen? Wir müssen jetzt trotzdem hier zu diesem Dealer, den wir ja schon kennengelernt haben. Und wie es aussieht, den wir die trotzdem kaufen. Finde ich ein bisschen doof. Sind schließlich fast 5000. Frittierte Todesmutter. Wenn es halt sein muss. Ja, nein, danke. Triff dich mit Judy bei ihrem Werner. Ich hoffe ja wirklich, dass wir Lissi noch finden können. Und sie nicht schon längst tot ist. Sonst wäre dieser ganze Aufwand für nichts. Dann schauen wir uns offensichtlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu verstörend. Ich hoffe, es ist nicht allzu. Oh, oh, oh. Da ist das Symbol, der Todesmonteur. Endet der Aufnahme. What the fuck? Okay, das war gerade richtig, ein richtiger Soundbug. Okay, sein Gesicht erkennt man nicht. Scavenger, berausch. Scaf auf Steroide. Steroide. Okay, er wird. Wait a second. Pizzastück. Der Gruff von Sardellen, modifizierten Oliven und Thunfisch. Proteinpizza von Bucket Slice. Scafwoman. Scavenger, hochwertige Cyberwehr zur Aufnahme von Braindancers. Ein Scaf, der sich auf das Editieren von Braindancers spezialisiert. Gewöhnliche Pappkarton ohne spezielle Aufschrift. Das ist ein Fenster, das nicht nach draußen geht. Okay, dann wurde er auf den Sitz gezählt. Okay, alles sind Bucket Slice. Okay, alles sind Bucket Slice. Okay, das heißt, wir müssen also Bucket Slice finden und dann ist es wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Hier ist Gebiet. Nedrunner, lebend mehrere Fehler, lebend notwendige Komponente-Fälen auf Taledor sucht. Okay, er lebt. Das steht halt immer noch lebend, aber ich glaube, er ist tot. In der Mitte habe ich noch was übersehen. Das sehen wir gleich. Electric Corporation, ein tickes, hitzebeständiges Material, Uniform eines Kraftwerks mitarbeite. Okay. Ähm, Evening Pixel. Christ, it's hot. Thermal readings are off the charts. Keep looking. Okay. 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 Nein, wollte ich nicht. Wir haben noch ein paar Audio-Dinge, weil... Hören... Also sehen tun wir nichts. Eingrenzender Raum, Mensch. Eingrenzender Raum, Mensch. Eingrenzender Raum, Mensch. Ich glaube, das war's. Was ist das, Hel? Hm. Oh, nee. Kein Zeit, um zu verlieren. Wir müssen da gehen. Definitiv. Riebe mit mir? Klar. Lass gehen. Auf der Weg. Oh, nee. Das Lied... Erinnert mich an Jackie. Das war's nicht recht. Das war's nicht recht. Ist auch mal schön, wenn man einfach durch die Stadt gefahren wird. Und man sich ein bisschen umschauen kann. Sonst würde ich sagen... ...fahren wir mit Julie dahin. Falls noch was Spannendes passiert auf der Reise... ...würde ich das markieren in der Timeline. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal... ...wenn wir wahrscheinlich vor diesem Kraftweg stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Willkommen zu M54 News. 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 Nick teachings consisten. Willkommen zu M54 News. Willkommen zu M54 News. Untertitelung des ZDF für funk, 2017